Und mit dem Wort ausgelassen kommen wir gleich mal zum nächsten Punkt, den ich Julian Bam an den Kopf werfen kann. Und zwar war... Ich muss ganz kurz innehalten, mal jedes Mal, wenn der sein Maul aufmacht, wirkt's mich. Gut. Warum lässt man die Hälfte eines Kommentars in seinem Video aus, damit es so rüberkommt, als wäre die Community von Firegarden... Damit ihr wisst, was ich meine, zeige ich euch jetzt mal den Kommentar in Julians Video und dann den Kommentar, der eigentlich verfasst wurde. Und da erkennt man ganz klar, dass wieder nur die Hälfte ins Video genommen wurde. Ernsthaft? Und somit nicht nur die Community an sich blöd dasteht, sondern auch der Verfasser des Kommentars. Und so eine Art von Zensur ist wirklich schwach, Julian.